Untertitelung des ZDF, 2020 Begleiten Sie die Apollo-Cruise vom Abheben der Saturn V in Cape Kennedy bis zur Wasserung im Pazifischen Ozean. Sehen Sie die Mondgebirge aus der Sicht eines Astronauten. Unternehmen Sie Exkursionen auf dem Mond. Nehmen Sie die Experimente der Astronauten aus nächster Nähe wahr. Nicht eine einzige Apollo-Mission verläuft nach Plan. Jeder Mondflug fordert erneut dramatische Entscheidungen der Weltraumfahrer und der Flight Controller auf der Erde. Gehen Sie mit auf die Reisen der wagemutigen Weltraumpioniere von Apollo 1 bis Apollo 17. Das ist ein kleiner Schritt für Mensch, ein großartiger Lauf für Menschheit. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.